Urban Kiss, Valeria Friedrich und Jean-Jerome McRae. Wir haben ein Ta-Pa-Pa-Woop-Woop-Ta-Woop. Die drei wichtigen Kernpunkte, die wir uns hier rausgesucht haben, sind erstmal grundsätzlich aus der Leadersicht vier entsprechende Führungspoints, die ich jetzt rausgesucht habe. Hier einmal, einmal hier, einmal Woop und dann hier. Was damit gemeint ist, ist folgendes, einmal hier die Führung nach hinten für Sie, die Führung zur Seite und dann hier das Andocken von außen betrachtet mit beiden Oberschenkel-Innen-Einheiten zur Dame und dann daraufhin der Push für Sie herum, hier angekommen. Hier ist bestimmt für die Dame, dass sie hier aktiv ihren Ellbogen selber durch die Mitte durchzieht, damit sie hier genug Drehimpuls bekommt. Ein für das Platz machen für die Dame und dann der Ausstieg ganz simpel raus. Das nochmal fließend gezeigt ist dann dementsprechend das hier. Ta-Pa-Pa, Woop, Woop, Ta-Pa, Woop, Ta-Pa, Woop, Ausstieg, finito. Privatstunden unten über den WhatsApp-Link buchen und lernen.